Alter, scheiß Rotflinte eh. Komm bloß etwas näher. Komm her. Hallo. Also wenn du jetzt nicht kommst, dann... ...pech gehabt. Dann komme eben ich mit einer Superattacke. Und dann wirst du dir wünschen, nie geboren worden zu sein, Freundchen. So. Oh Gott, ne. Oh Gott. Ach so, ich muss da wohl rausspringen, ne. Ach so. Ach so. Was? Jetzt Jetzt reicht's Jetzt reicht's aber Ich glaub's hackt Au You little shit Was? Was? Ich wollte grad schon so fragen Hä? Lex? Woher kommen die? Hallo? Aber diese Frage war ja offensichtlich nicht Ach jetzt Ja Ich warte bis die Hilfsenergie voll ist Falls es was damit zu tun hat Hat das auch mal ein Ende mit den Zombies? Oh Gott Nicht die Stelle Alter Ja Ja Oh Oh Ja, ich habe keine Lust. Das wäre jetzt knapp geworden, glaube ich. Verleuchtung? Ich habe nur was los beblendet. Yay! Im Multiplayer war das irgendwie nerviger. Wer war da? Wer? Wie? Ja, mich auch. Wir werden es aber schaffen. Ja, let's go. Lass uns nicht lange warten. Ich bin hier voll entflogen. Ab und zu wird an Bote kommt gefangen und liefert uns so Informationen. Aber wir kennen uns dort nicht gut aus. Das, was wir wissen, ist alles schlecht. Achtung! Bleib da! Bleib da! Ja gut. Hier drüben! Ja, los, los! Damit komme ich ins Sicherheitssystem. Jetzt zu meinem Vater. Jetzt zu meinem Vater! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Die armen Leute! Oh mein Gott! Die armen Leute! Das ist auch kein Wunder, dass wir es geschafft haben. Das ist auch kein Wunder, dass wir es geschafft haben. Ab und zu meinem Vater! Ich bin hier! Das ist auch kein Wunder! Das ist doch kein Wunder! Das ist doch ein Wunder! Na gut. Mal sehen, ob ich das aufbekommen kann. Und wenn nicht? Hallo. 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 Ich bin unwichtig. Rettet euch selbst. Wir verlassen dich nicht. Ich könnte das Combine-Portal umprogrammieren, sodass es uns rausholt. Bloß wo könnt ihr hin? Ich sprach mit Dr. Kleiner. Sein Portal war fast wieder bereit. Wenn er es repariert hat, kommen wir dorthin. Wenn nicht... Schlimmer kann es wohl kaum kommen. Das ist zu riskant, Alex. Hör auf mich. Geh, solange du noch kannst. Wir gehen hier nicht ohne dich weg. Ende. Genau. Wir müssen auch Jute treffen. Keine Sorge, doch wir kriegen Sie. Jetzt stecke ich dich erstmal zur Teleporter-Kammer. Teleporter. Das ist die Wunderheit. Wir treffen uns dort. Das weiß ich auch. Ich treffe euch dort, ja? Ja. Außer mich. Außer mich. Ich mache währenddessen Selbstmord. Nein. Tschüss. Oh. Keine Stacheln. Es ist keine eiserne Jungfrau. Schon mal gut zu wissen. Ja, los. Mach auf. Ja, come on. Du bleibst hier oder ich schieße dir in den Kopf. Nee, du kommst mit oder ich... Och. Fick dich. Ich habe keine Lust. Ich habe keine Lust. Vielen Dank.